Grüß dich Christian, schön, dass du da bist. Servus Ramin, danke, dass wir da sein dürfen. Also, wir haben ein paar Bilder vom EvoCell-Bett gesehen, ein revolutionäres System. Kannst du ein paar Dinge darüber erzählen? Gerne Ramin. Also das EvoCell-Gerät ist ein Ganzkörpertherapiegerät. Hier wird mittels eines Leichtstrommotors werden da Impulse erzeugt, die eben dann über eine Geberplatte auf den kompletten Organismus des Patienten einwirken. Grüß dich Christian, schön, dass du da bist. Grüß Ramin, servus, danke, dass wir da sein dürfen. Also, wir haben ein paar Bilder vom EvoCell-Bett angeschaut, ein revolutionäres System. Kannst du ein paar Dinge darüber erzählen? Gerne Ramin. Also EvoCell ist generell ein Ganzkörpertherapiegerät. Bei diesem Gerät werden mittels eines Leichtstrommotors Impulse auf den menschlichen Organismus übertragen. Wunderbar. Und wie funktioniert das? Was geschieht dann im menschlichen Körper? Also erstens einmal sind das vertikale Stöße, die auf den Organismus einwirken. Und die bewirken eine unheimliche Stimulanz des ganzen Zellhaushaltes. Das heißt, es beginnen alle Zellen zu arbeiten. Ich kann dir da gerne jetzt ein Foto dazu zeigen. Das schaut folgendermaßen aus, dass das, was du jetzt siehst, das Foto ein ganz normales Atombild unseres Gewebes ist. Hier die Orangen und hellen Flecken, das sind die Zellen, die arbeiten. Das kann man elektrisch messen. Und nach ungefähr drei Minuten Stimulanz mit EvoCell schaut dann das gleiche... Das ist ein richtiges Feuerwerk. Das ist ein richtiges Feuerwerk. Und dieses Feuerwerk bewirkt im Körper Folgendes. Es bringt erstens einmal alle Zellen zum Arbeiten. Es werden dadurch neue funktionelle Blutgefäße geschaffen. Es kann dadurch mehr Blut durch den Körper zirkuliert werden. Und es kann dadurch auch wesentlich mehr Sauerstoff aufgenommen werden. Also man kann sagen, dass die Stoffwechsellage des Körpers richtig auf einem höheren Level gesteigert wird. Vollkommen richtig. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man ein Küchengerät, das bis zu 10.000 Umdrehungen hat, durchdreht oder durchschaltet von Stufe 1 in Stufe 5. Und dann sind wir sofort auf der Höchstdrehzahl. Also wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das nicht ein Vibrationsgerät, sondern es geht alles in eine bestimmte Richtung. Es wird richtig fokussiert. Sehe ich das richtig? Vollkommen richtig, Carmen. Also es hat überhaupt nichts mit Vibration zu tun. Der Patient nimmt das zwar als Vibration wahr. Tatsächlich sind das ja doch vertikale Stöße. Also ein Heben und Senken. Das ist ein Heben und Senken. Also so wie ich das verstanden habe, ist das ein Heben und Senken und nicht eine Vibration, wie man das so im Gefühl hat als Patient. Ich weiß nicht, sehe ich das richtig so? Vollkommen richtig, Carmen. Das ist tatsächlich nur eine vertikale Stoßbewegung. Je nach Vorgabe des Mediziners zwischen 900 und 2200 vertikale Stöße. Der Patient nimmt das zwar als Vibration wahr, tatsächlich sind das aber ausschließlich Stöße. Also ich würde sagen, das Einzige, was jetzt übrig bleibt, ist, einen Patienten draufzulegen, um zu schauen, wie es ihm geht. Aber ist das wirklich nur eine passive Angelegenheit oder kann man auf dem Bett auch aktive Übungen durchführen? Also man kann das EvoCell-Gerät im Wesentlichen sowohl in der Prävention als auch in der Rehabilitation als auch als tatsächliches Trainingsgerät verwenden. Im unteren Bereich, so zwischen 900 und 1200 Impulse pro Minute, wird es hauptsächlich zur Regeneration eingesetzt. Zwischen 1400 und 1800. Dann im Bereich von 1400 bis 1800 Stimulantien pro Minute geht es hauptsächlich um Regeneration und alles, was darüber ist, ist zusätzlich massive Muskelstimulation. Das heißt, man kann dann dieses Therapiegerät auch als Trainingsgerät einsetzen. Das verwenden hauptsächlich Spitzensportler, wie zum Beispiel der Felix Neureuther vom Deutschen Skiverband. Der trainiert täglich auf EvoCell, weil er andere Trainingsmethoden aufgrund seiner Rückenmissbildung sind für ihn nicht so gut und der macht sein ganzes Muskeltraining zum Beispiel auf EvoCell. Also so wie ich das jetzt als überbillig von dir gehört habe, kann ich das für Prophylaxe verwenden, für echte Therapie und auch Rehabilitation. Und das kann man nahtlos auf einem Gerät mit Übungen kombinieren. Vollkommen richtig. Und das Hervorragende an diesem Gerät ist noch dazu, es ist sehr leicht bedienbar. Also man stellt eine Frequenz ein und lässt das Programm dann über den entsprechenden Zeitraum laufen, schaltet sich dann auch von selbst ab. Es sind keine Vorbereitungen nötig. Der Patient legt sich so, wie er in die Ordination kommt. Also klar, im Winter Überkleidung ausziehen, aber sonst voll angezogen aufs Gerät. Er kommt während des ganzen Therapievorganges nie in irgendeine Stresssituation. Das heißt, es wird weder schweißtreibend noch sonst irgendwie unangenehm für den Patienten. Und das Nächste ist, das Gerät arbeitet vollkommen nebenwirkungsfrei. Gibt es da bei jedem Gerät Indikationen, Kontraindikationen? Das heißt, es gibt dann bestimmte Gruppen von Menschen, die das nicht verwenden dürfen. Gibt es da bei EvoCell auch solche Gruppen? Generell sind wir Kontraindikationsfrei. Die einzige Kontraindikation ist Schwangerschaft. Alles klar. Ich danke dir, Christian. Gerne, Ramin.